Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu Spieletipps für Gamer. In diesem Video zeige ich dir die Strategie für den letzten Boss, also der dritte Boss. Fangen wir mal an. Also als erstes schießen wir sie mit der Magnum an, also zweimal. So, danach rennen wir einfach weg, nehmen uns die Pistole und erschießen diese Zombies. So, ich bin hier ein bisschen rumgerannt, aber du kannst eigentlich auf sie gleich zugehen und die gleich erschießen. Also das ist eigentlich absolut kein Problem. Ich wollte sie so ein bisschen trainen. Ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst aus COD, aber musst du eigentlich nicht machen. Und er aimt auch automatisch, man muss nur kurz loslassen, da habe ich das falsch gemacht. Einfach loslassen kurz, dann zack, nochmal aimen, also kurz so bewegen, ja. Und dann aimt er wirklich automatisch. So, dann wenn sie sich öffnet, dann nehmen wir gleich die Magnum, ballern wieder rein. Eins, zwei, drei, also ich finde den Boss, das ist so der leichteste. Den ersten fand ich am schwersten. So, und jetzt nehmen wir natürlich wieder die Pistole, jetzt kommen die wieder, die Zombies. Und hier wird es jetzt, sag mal, am gewährlichsten, denn sie schießt jetzt auch so Schüsse. Also beachte sie bitte, also halte sie immer im Auge. So, ach genau, das war noch nicht jetzt. Erst nochmal mit der Magnum, nochmal mit der Magnum, genau, nochmal. Eins, zwei, drei, genau. Jetzt kommen sie in die Phase, jetzt kommen sie in die Phase, jetzt musst du wirklich aufpassen, weil sie wird jetzt auf dich auch nochmal mit so Schüssen schießen, mit so Weißen. Da musst du sehr gut ausweichen. Also siehst du, ich bewege mich die ganze Zeit, zack, am besten nach oben oder nach unten rennen. So, und mir geht jetzt schon langsam hier die Munition aus, für die Pistole. Deswegen nehme ich Schrotti und muss halt wirklich darauf passen, weil die ballert gleich wieder los. Zweiter Schuss von ihr, ich laufe einfach nach unten. Ja, und das müssen wir jetzt beenden, dann geben wir ihr ein, zwei Schuss mit dem Revolver, dann ist sie schon tot. Ja, wenn du auf solche Tipps, auf kurze Videos stehst oder auf Platinierungen, abonnier unbedingt unseren Kanal. Wir haben komplett Platinier gemacht, am ersten Tag schon. Und ja, wenn du auf sowas stehst und gerne Tipps und Tricks hast, dann wirst du bei uns wirklich auf deine Kosten kommen. Wir haben auch alle Resident Evils platiniert. Zack, sie ist tot. So, jetzt erst mal los. Untertitelung des ZDF, 2020